So Leute, wir tun jetzt halt extrem Ketzka fahren. Okay, sind jetzt halt ein bisschen an dem Streifen, Handbremse lösen und Kickdown. Ah, ich hab Schiss, Mann. Ich hab Schiss, Digga. Digga. Du darfst nicht so scharfe Kurven machen, gell? Ja, ja, ja. Ah, Hilfe! Alter! Fuck! 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 Boah, ich hab mal ganz leicht gelenkt, wir sind fast gekippt, Alter. Ich hab hier noch ne Träne. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich hab gerade mal Liam an mir vorbeirauschen gesehen. Ich hab mich nur hier, so an diesem kleinen Bügel, mit einer Hand hier so festgehalten. Also, tschau.